Mein Name ist Stefan Hine, ich bin 38 Jahre alt und ich bin Mountainbike-Profi. Ich mache seit zehn Jahren Experimente, die meine Einstellung zum Leben grundlegend geändert haben. Ein Nährstofflogistiker ist für mich jemand, der sich seiner Aufgabe bewusst ist, optimal für seinen Körper zu sorgen. Evergreen ist für mich der Höhepunkt meiner bisherigen Forschungsarbeit, weil es das radikalste und unglaublichste aller bisherigen Experimente ist. Wesentliche Erkenntnisse bezüglich der Qualität und der richtigen Verarbeitung von Lebensmitteln. Evergreen ist die Zusammenfassung aus allen meinen bisherigen Ernährungsexperimenten.